Applaus Ich habe Ihnen jetzt die Titel angekündigt. Titel Nummer 1 ist noch Torrufe 9, Nummer 2 ist von Chauffeur. Titel Nummer 2 ist The Cat and the Mouse von Aaron Copeland. Da müssen Sie allerdings ein Missaushalten, hat mich wohl ja gesagt, weil eine Katze und eine Maus können ja sehr große Geräusche entwürgen. Und die wird sich sicherlich auch darstellen. Und zum letzten Teil noch das neue von Chauffeur. Und dann zu guter Letzt One Summer's Day von Joy Isayishi. Ein Japaner, ich habe es so geschrieben, wie es gesprochen wird. Deswegen konnte ich es auch aufbauen. Dann lass loslegen. Ein Japaner, ich habe es so geschrieben. 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 Ein渡 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020